Ein Sixpack zu bekommen ist ein großes Ziel für viele, doch sehr wenige Menschen haben tatsächlich eins. In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Sixpack bekommst. Ein Sixpack setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen brauchst du für ein gutes Sixpack trainierte Bauchmuskeln, denn größere Bauchmuskeln sind einfach viel besser sichtbar. Zum anderen darf über den Bauchmuskeln nicht zu viel Fett sein. Wenn du zu viel Fett über den Muskeln hast, kann man nämlich selbst die größten Muskeln nicht sehen. Um deine Bauchmuskeln größer werden zu lassen, führt kein Weg an Training vorbei. Dabei macht es auf jeden Fall Sinn, den Bauch zu trainieren. Dafür gibt es viele gute Übungen, für die man nicht mal ins Fitnessstudio gehen muss. Gute Bauchübungen und Bauchworkouts findest du leicht im Internet. Dabei solltest du darauf achten, deinen Bauch nicht jeden Tag zu trainieren, da Muskeln während den Ruhetagen wachsen. Trainier deinen Bauch lieber jeden zweiten Tag. Außerdem solltest du dich nicht nur auf das Bauchtraining konzentrieren, sondern auch alle anderen Muskelgruppen, wie Beine, Arme und Brust trainieren. Zum einen tut es deinem Körper nicht gut, wenn du nur den Bauch trainierst und alle anderen Muskeln schwach lässt. Zum anderen sieht es auch komisch aus, wenn du mega das Sixpack hast, der Rest aber verkümmert aussieht. Zusätzlich verbrennt auch das Training anderer Muskelgruppen Energie und du nimmst leichter Fett ab. Denn wenn du nicht sowieso schon einen sehr geringen Körperfettanteil hast, musst du für ein sichtbares Sixpack auch Fett abbauen. Wie hoch dein Körperfettanteil sein darf, hängt davon ab, wie das Fett in deinem Körper verteilt ist. Ist deine Genetik so, dass du Fett eher an den Beinen und an der Hüfte ansetzt, sieht man das Sixpack schon bei einem höheren Fettanteil, als wenn du Fett eher am Bauch ansetzt. Dann musst du mehr Fett abnehmen, damit man dein Sixpack sieht. Generell benötigt man aber immer einen ziemlich niedrigen Körperfettanteil. Leider ist es so, dass du weder durch Bauchtraining noch durch andere Maßnahmen Fett gezielt am Bauch abnehmen kannst. Alles was du machen kannst, ist insgesamt an Fett abzunehmen. Dann reduziert sich auch das Fett am Bauch. Um abzunehmen, solltest du generell ein leichtes Kaloriendefizit von um die 500 Kilokalorien anstreben. Das bedeutet, dass du 500 Kilokalorien mehr verbrennst, als du aufnimmst. Tipps, um ein Kaloriendefizit zu erreichen, wären zum Beispiel, Lebensmittel mit einer geringen Energiedichte zu essen, wie zum Beispiel Gemüse und Obst. Auch der Verzicht auf kalorienhaltige Getränke hilft, weniger Energie aufzunehmen. Aber auch das Krafttraining, das du ja für das Sixpack sowieso machen solltest, hilft, ein Kaloriendefizit zu erreichen, da du dadurch mehr Energie verbrennst. Wenn du mehr Tipps brauchst, wie du ein Kaloriendefizit erreichst, klick hier. Generell kann man sagen, dass es in der Theorie nicht sehr schwer ist, ein Sixpack zu bekommen. Alles was du machen musst, ist, durch Training dein Sixpack größer zu machen und durch eine Reduzierung des Körperfettanteils das Sixpack sichtbar zu machen. In der Praxis ist es allerdings schwer, das Ganze für eine so lange Zeit durchzuziehen, dass du auch Erfolge siehst. Denn ein sichtbares Sixpack bekommt man nicht über Nacht, sondern mit ausdauernder, harter Arbeit. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Nicht umsonst haben nur wenige Menschen einen Sixpack. Wie schnell hoffst du, ein Sixpack zu bekommen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn du hier klickst, kommst du zu einem weiteren Video von mir. Abonnier den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. In der Beschreibung findest du einen Link zu meiner Instagram-Seite. Abonnier den Kanal, um es. Vielen Dank.